Ein Mann kommt von der Arbeit nach Hause und schreit herum, her mit dem Bier, her mit dem Essen, aber zackig. Seine Frau reagiert blitzartig, absolut ohne Gegenrede. So geht das eine ganze Zeit lang, bis eine Freundin zu ihr sagt, so kannst du dich doch nicht behandeln lassen, wehre dich doch. Sage ihm, solange er keine besseren Manieren an den Tag legt, arbeitest du keinen Handstreich mehr für ihn. Am nächsten Tag kommt er wieder, her mit dem Bier, her mit dem Essen, aber schnell. Und sie sagt zu ihm, Schatz, ich liebe dich, aber solange du so mit mir sprichst, streike ich. Der Mann wird zornig, sag das noch einmal und du siehst mich drei Tage lang nicht mehr. Sie, mach was du willst, aber so lasse ich mich nicht mehr behandeln. Sie sah ihn am ersten Tag nicht. Sie sah ihn am zweiten Tag nicht. Gegen Ende des dritten Tages war die Schwellung dann so weit abgeklungen, dass sie ihn schon schemenhaft ausmachen konnte. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht deine gute Laune um mindestens 400%. Auf Wiedersehen.